John Devers, Sonderzustellung. Wie sind Sie hereingekommen? Lieferungen werden am Tor abgegeben. Es handelt sich um John Devers, Sonderzustellung. Sorgen Sie für Nachschub. Gerne. Ein Manhattan, bringe ich sofort. Danke. Hi. Hey. Kennen wir uns nicht irgendwoher? Ja. Vom Flughafen. Warst du in meiner Maschine? Aus New York? Dem fauligen Big Apple? Nein. Ich stehe auf gefrustete Männer. Die reden nicht lange um den heißen Brei rum. Und sie kommen gerne schnell zur Sache. War das überhaupt Sex? Hä? Hatte Kate schweiz? Sie waren zärtlich dagegen. Das wir heimlichen Kerle gerne, oder? Was denn? Wie das ist, gegeneinander zu kämpfen. Darüber würden sie sich nie auslassen. Wie intim das ist. Ha. So ein Quatsch. Ha. Ich muss los. Du fickst, wie ich früher gefickt habe. Und zwar? Als wäre dir nichts mehr wichtig. Als wäre dir nichts mehr wichtig. Und zwar bei mir dabei durch, ich konnte nicht weg stellen, wo du willst Meerd Fatherhi nicht zu treffen ist. Ein Sidekick ждet da. Es gibt kein Monatrazöpus für mich. à Schicht. mom,'s Lisa Tem comentários hat hier. Das ist bestimmt kam. Was geht nach oben bei mir Blüven. Da habe ich in Meerdstadtust bin. Totally nicht.